ich habe das jetzt da rein ich muss eh noch zusätzlich siehst du wahnsinn ich sitze drin und bin komplett ungedeckt sicher das sah so aus und kannst du vielleicht mal anfangen anständig mit dem ding durch die gegend zu fahren ohne gegen zu labern was für das schenke macht habe ich im lotte gewonnen wird mir erst mal gerne noch hier umschauen er kann es ja gleich immer noch das ding auf nicht sicher wenn wir uns gleich nicht mehr umschauen können dann war es auch nicht nötig ich schwöre dir das wird im original genauso passiert sein können Okay, äh, das, durch Discord ist es leicht verzögert, ich darf nicht drücken, wenn du in der Hand schrackst. Du musst aber auch drücken, ne? Ja, du auch. Ah, Fehler, Fehler, Fehler. War aber nicht schlimm. Nee, dadurch waren wir jetzt, glaube ich, wieder auf gleicher Höhe und dadurch kommen wir jetzt wieder Schritt für Schritt voran. Oh mein Gott, das ist eine bescheuerte Idee. Das machen wir niemals im Real Life. Äh, ja, bitte, bitte nicht. Oh mein Gott, nein. Nein. Aufhören auf Heights? Was? Sohn so. Are you fucking serious? Ein Wrench wäre schön. There's only one place you can get that, the workshop. Dammit. Yay. I guess it's the same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Die man von unten auch nicht sehen können, noch. Hey, nee. Man, ist das, schlafen die da jetzt? Nee, oder? Ja. Normal. Außerdem jedes Mal so, hey Boss, heute würde ich gerne mal in der Holzwerkstatt arbeiten. Ich lenke mal die Wache ab. Nein, 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 warum gehe ich denn da raus? Das ist besser. Was kann ich denn hier noch so machen? Ich habe gerade den Nagel reingehämmert, den ich jetzt weiterhämmer? Das ist ein nice Tool you got there. Das ist ein? Das ist ein sch***er. Das ist ein schönes. Die nice ones always go missen. Weißt du, woher ich die Tools von geteilt? Absolut. Da. Do you know anything about that guard? Ja. Ja, ich hab ihn mal aufzuhören. Schön, wie du lernst, Holzarbeiten zu machen, während ich hier meinen Kopf riskiere. Ja, ich bin gespannt, ob ich es schaffte. Nein, schaffst du mal. Okay, ich hör auf zu sägen. Ja, wäre schön, wenn du mal an der Lösung arbeitest. Ja, red du noch mal mit ihm bitte. Mit wem? Ja, mit dem Typen, bei dem der Schraubflüsse liegt. Sorry. Hab ich doch schon dreimal. Ja, dann tu es doch noch mal bitte. Mach du doch. Ich hab da dreimal mit ihm gelabert, dreimal. Bitte, tu es einfach noch mal. Oh, du gehst mir aufs Schwein. Du willst mich nicht ablenken, damit du dir den Schraubenschlüssel teilen kannst. Ja, du hast es verstanden. Das war voll schön, deswegen hab ich es gesagt, mach du doch. Würdest du jetzt auf das Ding nehmen? Ich hätte es eigentlich da fest. Oh, Mann ey. Nee, jetzt laberst du mit dem. Das war deine Chance. Ja. Ja. Ich weiß nicht, dass ich dich von irgendwoher kennengelernt habe? Ich weiß nicht. Vielleicht. Du warst in der Lagerkirche, nicht wahr? Ja. Ja, sicher. Wir haben die Chance. Ah, also da weiß ich dich aus. Wahrscheinlich. Warum fragst du mich? Schau, äh, kann ich diese Werkzeuge kaufen? Diese? Jetzt. Warum nicht? Weil die Schrauben verrückt werden, wenn ich diese Werkzeuge geben. Mann, du musst deine eigenen Werkzeuge an da unten. Äh, okay. Ich mach das. Du musst rausgehen. Du musst rausgehen. Du musst den Schlüssel entgegennehmen. Rechtsrum. Ist das ein Wenden hinter der Binde? Ja, den hast du grad von der anderen Seite gesehen, du? Genie. Na, wir müssen jetzt wenden. Mit dem Schraubenschlüssel. Hallo. Goodbye. Wache, wache! Der Typ hat einen Schraubenschlüssel in der Tasche. Kameraden schrauben. Geh du zuerst durch, dann gebe ich ihn dir. Du kennst den Drill. Ja, wieder über die Seite irgendwo. Durchs Gitter an der Seite. Ja, ich geh klar. Rechts an der Seite. Oh Gott, das ist aber auch echt das schlechteste Gefängnis der Welt, oder? Ja, ich geh jetzt in meine Zelle. Bis dann. Ciao. Ich glaub das Gefängnis des... Hey, Guard! Ich glaub die Story spielt allein schon vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Wow. Wenn wir dich jetzt erwischen. Ich bin nicht aus dem Schneider. Weil du so doof warst, am Anfang das da 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 da. Nein, nein, warum gehst du da rein? Was ist das? Lass mich dir zeigen, komm mal, lass mich dir zeigen. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Optimal. Es ist ein Problem, die drüben sind. Sie kämpfen. Los geht's. Okay, stecken ab. Los geht's. Ähm. Ähm. Es ist äh. Okay. In meiner Nachbarzelle ist irgendwas los. Shake down! Up against the bars inmate! Na toll, Durchsuchung, jetzt! Did you hear me? I said up against the bars! Go! Ähm. Das war in meiner Nachbarzelle los. Hier, Achtung, ich geb dir ne Schlüssel. Nimm, 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 nimm. Hab ich schon. Ich lass ihn jetzt bei dir, ne? Nein. Ich kann es hier nicht behalten. Ah, ja, perfekt. Sehr gut. Aber so leicht, wie ich die Toilette da weggezogen hab, kriegen die das doch genauso hin, oder? Ja, die gehen ja aber nicht davon aus, dass sie los ist. Arm auf! Bleib hier! Hey, das war aber ne heiße Angelegenheit auch. Baby, bist du gut? Oh, meine Freundin kommt zu Besuch. Hallo, Lady. Ich mag dich. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Ich würde gerne einen Telefon machen, Sir. Los geht's! Oh, sieht irgendwie pregnant aus. Nein, Carol. Warum bist du hier? Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher, bekomme unsere Baby. Ich bin hierher. Ich habe das über das zu sprechen. Nein, du hast über das zu sprechen. Ich habe das zu sagen. Ich habe nichts gesagt. Du bist in der Kirche. Ich werde bald zu sein. Ich werde bald sein. Ich werde mich auf. in der Harvey-Situation zu nehmen. Carol, du wirst wissen, dass er Gary töten. Er war meine Familie. Mein eigener Bruder. Ich weiß, dass du ihn missen kannst. Aber du kannst ihn nicht zurückbringen. Du wirst dich einfach töten. Bitte. Du wirst wissen, dass ich das tun muss. Ich glaube nicht, dass du, Vincent. Also, ich muss hier mal eins festhalten, ne? Oh. Erstens, meine Freundin kommt mich wenigstens besuchen im Knast. Und zweitens, ist die auch noch viel hübscher. Meiner erwartet ein Kind und kommt deswegen nicht besuchen. Ja und? Hat sich deswegen nicht hübsch gemacht. Du akzeptierst auch jede Ausrede, ne? Ich kann mich halt in ihre Lage festhalten. Du hast halt nicht so schöne Chem- 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 Chem. Du hast mehr so ein Walter-White-Bärtchen. Habt ihr über das Wetter? Da hab ich kein Zeichen gesehen. Ich hab's gemacht. Das ist unser Fenster. Wir gehen heute Abend. Ich bin bereit. Ich bin bereit auch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann hört man wenigstens nicht mehr Willi anbauen. ach jetzt darf man so schrauben das ist ja angenehm das nicht fallen du mich auch wie zwei halbe umdrehungen das war's oder was jetzt bei mir auch gerade offensichtlich und den lässt er jetzt liegen ernsthaft ich will mitnehmen das hier für automat die fans clear wenn die kürze ist running ok bild pressen oder so was können jetzt machen was schön dass sie das so rumschieben gefunden danke ja das ist gut manchmal kannst du ja auch was ja ich habe ich nicht gesehen keine chance natürlich da bin ich so auf dem arsch ich kann da nicht hoch ja ich darf nicht auf die welt gekommen oder ich habe nicht die am arsch gerochen ich nur mal anmerken das klingt nicht gut das klingt nicht gut ich muss deine rotze wieder von der hose weg kriegen dem du mir so in den arsch gekraut bist pass auf das sind wach leute aber die zocken die sind abgelenkt ich bin sicher das sieht nichts bei ihr jetzt jetzt ich habe keine ahnung wie es klappt aber jetzt das ist oh shit damn we got a must still don okay on three one two Warte, warte, warte Bei... Let's time it with the thunder Okay, okay, sure Okay Just a couple of more like that Wir hätten es zweimal machen können Was war das? Was war das? Ah, shit Let's try again Alter Warum musst du immer auf Risiko gehen? Vincent, ja Das macht das Leben keinen Spaß That's where we're heading Alright Hey, watch out Shit Toll Ganze Mühe, um jetzt auf dem Dach zu sein Ja, super Auf der anderen Seite waren wir und haben... ...geteert Ja Ausschalten steht da Oha 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 Gut, damit hätte das schonmal geklärt Over there Von der anderen Seite Hey, alles schön frisch geteert hier Hm Was hast du da? Ja, die Tür hatte ich dir aufgebrochen Ja, und? Darum dachte ich Ich denke Ich denke Äh Oh nein, wieso sneak ich denn? Ich bin so ein Büro, glaube ich Oha Ja, ich bin so ein Büro, glaube ich Oha Oha Ich gehe mal rechts raus, nachdem ich hier die Globus angeschaut habe, dann gehe ich nach links draus. Du altes Spielkind. Oh Gott, hast du mich gerade erschreckt, weil ich dich gesehen habe. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Was ein großartiger Wettbewerb. Ich bin schweizt in die Afrika. Ja, ich bin schweizt. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Ich habe immer gesagt, dass ich hier nach dem Lande bin. Wichtig. Wichtig. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Halt den Atlantik-Oceen. Ich bin schweizt in den Atlantik-Oceen. Ich weiß nicht, wo wir lang gehen. Gehen wir da runter oder gehen wir durch den hellen Flur? Also ich bin gerade im hellen Flur Bringt auch nichts darunter zu gehen, ok Jetzt bin ich im Krankenzimmer Ja super Ei, da ist nichts, was du gesagt Oh, du erledigst den Linken, ich erledige den Rechten Die stehen mir im Rücken zu uns Oh nein, oh wie mies Alles klar Dann Und go Nein, 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 wieso? Hey, wo bin ich? Ich habe doch den einen gehabt gerade Ja toll, wulsch, hast du wieder verkackt, ja? Ja, ich hatte den einen in der Hand Und du bist hingerannt und dann wurdest du verprügelt irgendwie Mach mal Also welchen nimmst du, welchen nehme ich Ich gehe auf den Linken Oh, ok, dann gehe ich wieder auf den Rechten Und los Easy, yeah Okay, bei mir fliegt vorher was in der Luft Ist das bei dir auch? Äh, keine Ahnung Ach, eine Zigarre Geht nach der Spotlight Oha, warum ist das so viel Licht? Eh, eh, eh Verstecken, das Suchlicht Okay, jetzt ist es wieder weg Shit I need to get out of the Searchlight Der Hans kommt da wieder Gut, dass ich nie checke, wie ich aus diesem Ducken rauskomme Einfach weg von der Mauer, die Taste drücken. Keine Sorge, wenn du noch kurz erwartest, habe ich ihn erledigt. Oh, ich habe ihn jetzt, kannst du laufen. Aber da hinten ist der nächste Turm, ne? Wir sind jetzt Turm für Turm die Wachleute ausschalten. Wir müssen mit irgendwas daran runterrutschen. Leider Bügel. Die brechen doch. Die halten doch niemals. 80 Kilo. 80, genau. Das ist doch nur da reingeschraubt. Ja, klar. Ja, aber auch das hält eigentlich nicht. Ich darf nicht. Wieso darf ich nicht? Naja, ich stehe noch im Blick. Ah, jetzt. Siehste, der rutscht nämlich nicht am Bügel, sondern nur am Holz. Oh. Ja, aber die Griffe müssen ja dennoch halten. Ähm, Busch. Ich kletter, du musst eh tippen, eh tippen, eh tippen. Ich muss weh, ich mach weh, ich mach weh. Ja, ja, ich tippe eh, ich tippe eh, ich tippe eh. Ich tippe eh auf zwei Tastaturen. Ich habe mir noch eine zweite geholt, als ich das war. Oah, mein. Was, du hast dir eine zweite geholt. Du bist ja ein Genie. Hä? Komm jetzt, komm zum Tor. Wir müssen das Tor aufschauen. Nein beim Tor, du nicht. Ach so, ich habe auf dein Bildschirm geschaut. Und habe mich gewundert, wo du hin willst. Bis zum Tor. Vielen Dank.